Willkommen zurück zu einer weiteren Runde, Madness Monday, heute mit Silos, Laura, Shizulo und Chris und ich spiele den Bild von Akuso oder Aikuso und zwar One Punch Man Lee Sin, der One Punch Man animiert, scheint irgendwie abzugehen momentan, natürlich überall, gefrästige Hydra, schwarze Beile, Hex Twinker plus Weiterentwicklung, also Morph My Mortius, CDR Boots, Klingeldeutendigkeit und Blutdurster, QMAX First geh auf die Land, auf die du willst, falls man ein Bild drankommt, sag bitte einmal, Markus ist schwul, also Markus, ne, weißt du Bescheid Dein Kumpel, der Aikuso, findet dich richtig schwul So, was haben wir hier, hier haben wir wieder Trolls, die mich hier wieder hart reintrollen, Perk, ich liebe dich Ah, nur German, but I'm your biggest fan, I like your face Das tun wir doch alle So much troll Ja, ähm, ich muss sagen, mein Lee Sin ist ja sowieso schon eigentlich, wenn ich Lee Sin normal spielen würde, wäre das ja eigentlich schon genug, um in Madness Monday gespielt zu werden Weil ich so schlecht bin mit Lee Sin Aber ich glaube, jetzt mit, äh, dem tollen One Punch Man Lee Sin wird dann episch, weil ich bin nämlich extrem gut damit Was habe ich denn Top Lane? Jarvan Oh, das tut schön Ich werde einfach totgesittet von diesem Cryberg Oder? Cryberg? Hallo, ich bin der One Punch Man Lee Sin Wenn du jemanden tot sitten sollst Leider hat ich nicht den Box Skin Sonst hätte ich den genommen, aber leider hatte ich den nicht Bam Das Problem ist bei dem Talent, den er mitgenommen hat Äh, dass er dafür vier Sekunden lang infight bleiben muss Brauchst du nicht so lange, oder was? Nee, das Problem ist, er bleibt nicht so lange infight Ich komme rap-up gleich direkt nach oben Naja Also versuch nicht drauf zu gehen Ja, ich will ihn eigentlich auch gar nicht fighten, weil er hat so die Flask gemacht Oh shit, oh shit, oh shit Komm mal Kannst du mitkommen? Ich bin auch ein bisschen tot Ich bin auch ein bisschen tot Cryberg, tschüss Ah, wegenst du hast du geflüstert Oh mein Gott, Shizuo holt ihn noch ab Ohhhh, okay, 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 ey Das war, hey, wenn der Jump durchgekommen wärst du halt sowas von kapiert Ja, deswegen, deswegen flash ich hier Good job, Laura Was geht eigentlich unten auf der Bot-Line? Ja, was soll denn? Ja, was soll denn? Deswegen stirbst du auch, Laura Kannst dich ja reporten nach dem Game, Shizuo, äh Silas Guck mal hier Mein Gott, ähm, Silas seinen Namen hab ich so Probleme, ey Das ist, guck mal hier, alles in Flaren, ja Das ist wahnsinnig Schwer auszuspielen Level 3 Bloober für den, für den Tüste, ey Das ist immer dasselbe, Alter Ich bin jetzt nicht ab Wow, ey, hat der nicht gerade gesagt, ich bin No-Life Kannst du jetzt irgendwo eigentlich nur lachen, oder? Ich sah Ne, ne? Abgeklärt, Motherfucker, ey Junge, Junge Laura, das hab ich eben ganz geheim gesagt, kannst du das wirklich Bam Du hast mich einfach mega passiv getestet Ich bin jetzt aber wirklich passiv getestet Das teilen wir später War wahrscheinlich ein Aktiv-Test Ja, stimmt Hä? Gut, das dürfen die Leute im Internet anscheinend nicht erfahren Weißt du eigentlich, warum du, warum die Zuschauer Lee Sin haben wollen? Weil die meinen, meinen geilen Lee Sin gesehen haben Lass uns sein Lass uns sein Lass uns nicht, Jo Die haben sich gedacht, oh wenn der Silas das schon so gut macht, ey der Perry, der geht doch bestimmt übelst ab Der macht das grad zehnmal besser Ja, der macht das hundertmal besser Äh, hier ist das Ding Dein bester Freund Erf die hier nur noch Die in Niederley Ha! Hast du die gerade Minions geklaut? Ja Anti-Made Ja, ne Ich stehe 1-0 auf der lane Ich bin einfach zu gut Fuck this madness monday Ich bin einfach zu gut Oder Dejano ist einfach bad Das kann natürlich auch sein Oh, das geht nicht Ich glaube ich gehe einfach Ich weiß gar nicht, ob ich den ganzen Bild überhaupt zusammenkriege Wenn ich mir das so angucken Das ist ja ficken die ja gerade anscheinend schon wieder übelst Sieglaß muss wieder übertreiben Hat wieder sein Main ausgepackt Aber warte, 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 Laura übertreibt Ich mach nur Autotext Ich mach auch nur den Krolls Das ist so geil, ne Dass man als Edicator mit einem guten Support eigentlich nur Autotexten muss Der Lusch mit dem Vorwärtsgehen mit dem großen Staubsauger dabei Hä? Bist du wieder eins deiner Produkte an den Mann bringen, Chris? Oder Warum sagst du das jetzt so? Ja Komm in die Mitte Der Toplaner hat sich schon entschieden nicht mehr zu kommen, oder? Was ist da los? Drauf Ja Ja kommt aber Äh Äh Ja Flash Heißer Mann Bam Meine Fäuste, Alter, die tun weh Bam Ist okay, du bist irgendwann weggekommen Bär gefangen Good girl, Laura wieder Zucker Zuckerblatt 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 Kler spielt auch mit Der ist so leise Ne Ne, ne der spielt nicht mit Achso, Leute, der spielt echt nicht mit Der wollte doch lieber wieder surfen den ganzen Tag, ne Kler? Ich muss halt meine Bräune behalten, dann muss ich surfen Ich hab die Schaulamme wieder angemacht, oder was? Okay Irgendwie macht der Jarwin nichts Komm auch nicht raus, ich glaub ich lass ihn jetzt mal pushen du kommst ja gut wenn ich bin ein guter ich kann den auch gerne mal in second nicht der problem der blue card jetzt werden nicht so schön beim spüren die macht meiner faust einmal ins gesicht gedreht hast du noch ein q jetzt ne warte chill 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 oh mein gott was ist da was geht hier ab der gegen sah nicht rein in den kopf jetzt sehe ich die niederley weggetreten habe er richtig schön ins genick richtig schöner dropkick ich bin tot wow so mean so fucking so jetzt habe ich meinen tiamat ich bin exaustet natürlich mit der nacht schwarze ball alter den item bitte zu teuer wenn ich glaube ich niemals zusammenkriegen ich glaube nicht mehr weg kommst du tatsächlich nicht sachen gibt es wir waren vielleicht noch ein kleines bisschen das war vielleicht ein Fehler was wie kann der gestunnt q machen was zum hä das ist ja mega buggy das ist ja buggy hoch fuck das war fast die swagflag ich könnte mal mitte gehen wollen wir den töten in der mitte ja Jago aber wenn die u commitments echt ja den diesen kick gesehen zucker baud hab dann hier so zucker der sie das verdammt da sieht er den gartenwerfer und denkt sich oh shit doch nicht mal blubuff sagen meinen kick macht auch kaum schaden ich bin noch nicht so lange im internet kappa muss man sagen oder wie heißt guter guter twisted fällt ich habe erst 20 sekunden wieder holt beim alter stirbt geschildert haben er will sie dazu gar nicht sagen christ kommt ja ich komme zu meinem wow die wort sei sagen wir nichts zu machen master board ich meine das war jetzt nicht komplett verarschen ich glaube du hast einen knick in optik ich glaube du hast einen knick im hirn komm ich komm ich komm ich komm ich höre eure pepperonis ihr macaronis auch mal aber eine und die 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 Ich habe in diesem Teamfight effektiv nichts bewirkt, gar nichts, einfach nur nichts. Ich stand einfach nur rum und hab einfach nur rumgepimmelt. Das ist schön. Aber der Shitsulo rasiert sie mit seinen Yu-Gi-Oh! Karten, das finde ich gut. Aber jetzt habe ich Hydra. Das wär immer krass, so ein Yu-Gi-Oh! Skin. Ja, den würde ich mir kaufen. Den würde ich mir sofort kaufen. Hä? Aber den bräuchte ich dann Zett, weil der macht immer die Arme nach hinten, wenn er rennt, mit Home Guards. Oder machst du wie? Ich hab halt echt immer so einen Finger-Klaus, wenn ich Lee Sin spiele. Oder Diplom. Guck mal, ich habe die perfekten mathematischen Stats. Vier geteilt durch zwei. Zwei geteilt durch zwei. Wow! Ich bin da, mein Freund! War das gerade ein Facepoint? Hey! Du magst meine Arme? Komm doch her, Jarvan. Das ist kein Ding. Komm her! Grab her! Wow! Kein Ding, oder? Oh, Pimmel, die immer auf werden. What the fuck? Ich hab hier mal ins Gesicht oder so. Oh mein Gott! Rekt! Mit meinem Q des Todes. Schwarze Beile. Mmmmm. Ah. Alter, unstub, no. Oh nein. Er will mich unstubben. Das finde ich unfair. Das finde ich richtig unfair und gemein. Oh, lass mal mit dir gehen, oder? Der hat ja keine Ago bekommen, der Boy. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil du schon zuweist, dass du weit hinter mir warst. Ich folge dir. Die Dieterle ist so ein fucking Drill, Alter. Alter, was ist denn mit dem Jarvan falsch? Der ist ja so komplett am eskalieren. Oh, ist ja noch voll schön. Bam! Höre den Tritt! In dein Genick! Oh, ne! Ich bin nicht mit da, ne? Ist okay. Oh mein, Lucidity Boots. Für den Cooldown? Könnte man jetzt mal, ne? Bam! Derjenige, der hat das Bild verbrochen, hat bestimmt vorbeigedacht. Ja. Natürlich. So, One Punch Man. Funktioniert doch. Wenn so ein Noob wie ich 6-3 stehen kann, dann heißt das einiges. So. Mhm. Oh, ouch. Ich glaub ihr seid mitte-recht. Hm, wir haben schon viele. Was ist denn mit der Lu so falsch, Silas? Ist die irgendwie mit Brain-AfKar oder? Oh Gott, hier sind ja so viele. Ich komme. Silas, ich komme. Ja. 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 Oh shit. Vorbeigeflogen. Bam! Tritt in die Fresse! Oh nein! Mhm. In Sperringe. Ich will die nicht mehr kriegen. Bam! What? In die Gesichtshälfte. Reingetreten. Was ist das für Damage? Ja, warte mal. Es liegt Sinn. Ich bin, äh, Kick Main. Mein Kick macht einfach 600 Schaden. Das ist balanced. Ist auf jeden Fall schön. Find ich gut. Gefällt mir. So, gehen wir mal B. Holen wir uns jetzt ein bisschen, äh, mehr Damageo. Geil wird es erst, wenn ich mal, äh, mehrere Leute kicke. Das wird schön. Hm. Brauchen wir mit den Sinn? Eigentlich reicht das Warding-Totem echt aus, ne? Um irgendwie Insects zu machen. Man kriegt ja eigentlich relativ schnell wieder Stacks. Wow! Oh, Bot-Lane. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Tschüss, Silas. Kann nicht wahr sein. Der Urgott, ne? Shitsuno, das ist nicht dein Ernst! Oh mein Gott, du hast den Turm ge-cardet! Aber ich mach's wieder gut. Keine Sorgen, ich mach's gut. Oh, ne Kasch! Lecker! Nein! Ich hatte nen lag, ja. Ich hatte nen kurzen lag. Von wem denn? Wer soll mich denn killen? Kann mich, keiner von denen kann mich umbringen. Ich dachte auch, welche Schuhverzauberung ich machen soll? Ne. Ich bin da Silas, ich bin da mate. Yo, ihr macht damage. Dankeschön. Ekelig. Ich geh hier in den Dschungel. The jungle. The mighty jungle. The lion sleeps tonight. Blubuff ist ab. Äh, Drake ist ab. Der leon. Der gute alte leon. Der chammerleon, oder welcher leon? Ein guter leon. Geh zum drake. Haben den drake. Hm. Ich hab Ult. Können wir mal mit der was machen? Musst du unseren Polizisten folgen? Polizisten so? Die Eierhunders auf der Borderline rum. Wie damage ich mache, alter. Holy shit. Ich komme. Oh, forward. Ich komme, ich komme, ich komme. Bin da. Ja. Oh, die Aua. Das ist schon wieder damage gemacht. Der U-Gurt ist irgendwie instant geplatzt. Irgendwie kann ich nie einen treten, weil der durch den Tritt immer stürmt, ey. Das ist irgendwie ein bisschen kacke. Okay. Vielleicht sollte ich erst treten und dann kicken. Richtig schöner. Erst treten und dann kicken. Ja, also erst treten und dann boxen. Sag mal, Schid Silas. Schid Silas. Mag man dich eigentlich in der Schule oder vermöbeln? Ich geh doch gar nicht mehr zur Schule. Ja, Uni ist doch Schule. Alles derselbe Mist. Aha, Jarvan? Hm, doch nicht. Hä? Ist er denn da hingekommen? Ist er hier rüber gesprungen? Egal, ich zerstöre jetzt irgendwen. Der Erste, der kommt, den vernichte ich. Komplett. So, pass auf. Oder zu sehen. Ja, Jarvan da oben. Da oben Jarvan. Ja? Oh shit. All eyes on you? All eyes on me. All eyes on me. All eyes on me. Hallo Jarvan. Wieso macht der so viel Damage, Alter? Der hat mich komplett vernichtet. Oh mein Gott. What? What? Wo du? Ähm. Was ist denn neu? Lass mal den Boy wie. Ähm. Mutit. Weißt du, was mich richtig nervt im neuen Chat? Das man den nicht clearen kann. Oh, hilfee. Komm, ich komm, ich bin unterwegs. Warum kann man den Chat nicht clearen? Das ist super annoying. Also die Lulu ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ziemlich gut drauf. So, ich hol mir jetzt Blutdürster. Und dann fick ich die weg. Safecord. Und die Baron? Nein. Ja. Daaa. Daaa. Da, 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 da. Oh. Was geht denn jetzt her? Fuck. Weg von Thunderground. Veronimo! Ich komm mal. Oh shit. Oh. So macht das ein guter Lysin, weißt du. Der kickt den weg und flasht dann an ihn ran. Um ihn dann nochmal zu treten. Das ist quasi der Doppeltritt in die Fresse. Doppel Disrespect. Ja. Genauso ist es. Der Lylas hat es erkannt. Im letzten Video haben wir ganz viele gefragt, was BM überhaupt bedeutet. BAM. Leg dich mit mir an und du wirst vernichtet. Komm zu mir, komm zu mir. BAM. Tastaturvernichtung. Des Todes. Guck mal ey. Deluxe Fingergulasch bei mir gerade ey. Oh die shit ey. Fingergulasch? Gulasch? Der sagt das richtig gut. Gulasch. 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 Eben hab ich sonst beieen. Mischamosh. Oh der Silas wird langsam salty. Oh die66. Sme. Der Silas ist schon. Gerhard. Ich merk das schon. Mein Force hast für das neue Jahr ist übrigens nicht phlegmen. Oh. Das schaffst du nicht. Hau schockiert natürlich. Einfach die hab ich schon drauf gehsen. Oh shit. Und nicht, was hast du gesagt? Nicht tilten. Das ist ja schon in dem Game jetzt vorbei, ne? Mit der Aussage, können wir mal eben grüßen. Lol, Alter, Yu-Gi-Oh! Ist der real? Oh mein Gott, tschüss. Oh mein Gott, ist das ein... Alter, der ist ja sowas von gut, der Typ. Ich komme zu dir, ich komme zu dir, Shizuolo. Komm her, bait ihn. Bait. Lol. Mann, halt die Fresse! Du Lauch. Ich habe leider keine Wurps. Oh, nöchel den Fuß in den Rachen gestopft, ey. Der Chris klingt immer alles so wirklich so richtig disgusting, ey. Muss ja, ne? Disgusting. Break ist ab. Lauf direkt. Bam. Lass doch, burn, man. Burn! Lass mal die Bubble. Sollen wir lieber groupen, Silas, oder bist du noch... geht das noch? Ne, ne, ich spiel durch jetzt. Bist du noch nicht on tilt? Gehlt ja nur, wenn wir verlieren. Das kann nämlich auch jetzt passieren, aber... Ich bin da. Lulu, einfach auf Lulu. Geht einfach auf Lulu. Die ist dumm. Geht einfach auf Lulu. Tschüss, Laura. Oh, wow. Oh, Laura kommt sogar weg. Nee, aber fuhl, weil die es wirklich ernst meint. Ich bin gleich da. Wenn Charbon auf mich geht, bin ich tot. Alter, helpp, helpp! Ich war einfach komplett vernichtet. Im CC. Aus der Hölle, ey. Fuck. Oh, no, sir. Nase? Jetzt wegen Nose, ich verstehe. Oh, Nose, wegen Nase. Ach, wie ein Beusten da. Bin jetzt verreckt, ey. Oh, jetzt den Baron-Steal mit der Leona holt. User joined your channel. Hallo. Sorry, gar kein Baron. Achtung, Aufnahme. Nicht rein, äh, rein nahe ziehen. Please. 88? Wow. Das hat er schon gesagt, ey. The fuck, ey. So, alles klar. Der Shizulu ist wieder unterhand. Körper? Get him. Oh, warte, kriegst du den? Oh, nice done. Alter, ich kite ihn. Kiste ihn? Warte, die Kamera ist on you? Oh, jetzt, ja. All eyes on Shizulu. Der Rapp-Off ist übrigens weg. Fucking Lulu, ey. Der will dich richtig schön ins Gesicht treten. Warten. Oh, Laura. Guck mal, die Lulu. Die kommt jetzt hier lang. Kappa? Was gewohnt? Kappa Kepo? Kepo Cappuccino? Aua. Ich hab so'n Geist getroffen. Laura, ich glaub, du bist tot. Kann noch nicht wahr sein hier. Komm, der ist auch tot. Wieso dodged er da? Oh, nee. Alter, wie sch- Hä? Alter, ich bin instant down. Oh, mein Gott, ey. Die vernichten mich einfach. Wie hast du denn ganz gut vorbeigemot? Aha. Das war ein guter Play. Alter. Wow. Mein Kick war irgendwie scheiße. Ja, irgendwie ist ein Problem jetzt, dass sie loopen. Und wir nicht. Das ist echt ein Problem. Das ist auch nicht. Also unser AD Carry Lexi hat immer vom Obertusen denken. Ja, es ist echt mega kacke. Ja. Wer ist unser AD Carry? Ach, Sida. Na gut. Sida ist halt kacke, ne? Wird's auch mal dazu sagen. Unlucky. Unlucky AD Carry. Kennt man ja. Ja, in Lex hab ich. Ach, du hast Legs? Sehr gut. Guck mal, ich hab 1,3,7,7. Wow. Never lucky. Baby Rage. So, ich komme. Geht's. Aua. Boah, die Laura vernichtet die wieder Hardcore-Astie. Ja, genau. Du hast dich gerade gewanschottet? Du warst von 100 auf 0? Ja, ist ein Speer und dann Flash, WEQ. Du bist halt ein guter Spieler, ne? Oder wie war das? Ich würd mich ärgern, also, so. Ich würd mich auch ärgern, ja. Vielleicht 10 Tote. Wenn die Q lands. My mind is. Wow. Oh my God. Oh my. Wow. Das war... Oh, jetzt kommt ein Play nach dem anderen. Oh, ja. Schieß du noch? Geh rein. Jono. Oh, geile Karten. Oh, jetzt kommt sie. Oh, 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 oh. Oh, die Laura geht rein. Laura macht zum Glück immer geile Plays. Die Weih übt gerade, wie man durch die Wand dashed. Find ich gut. Blue Cup. Geile Blue Cup. Ey, das ist so gut. Ein Haufen von Fails hier, ey. Das ist geil. Und wenn ich jetzt noch zwei Ticks warte, dann hätte ich die golden kann. Laura, dein Item. Oh. Du bist so klug. Jetzt mal dein Item benutzt, Laura. Also ehrlich. Oh. Oh, boah, der Chris, alter. Holy shit. Du mach, lol. Und dann klaut dir so ein Lucien den Kill, oder was? Warte, Klauen? Ja, du bist ein Klauen. Oh, shit. Oh. Der Angstschrei, ey. Ich komm bitte, Silas. Wir machen das. Ja, ich bade die. Und gleich bin ich tot. Bade. Aber sterb nicht direkt nach dem ersten Sperr. Oh Gott, oh Gott. Nice. Was? Die Ulle. Oh. Ich lass mich aber noch nicht. Du kannst du es. Du nicht. Alter, ich kann nichts machen. Ich klop einfach mal eine Taste. Ich kann dich rauszoomen. Ja, dann... Egal. Das ist ein guter Spieler. Man braucht nur den eigenen Charakter. Du kannst dich rauszoomen. Mein Maul ist kaputt. Ich kann nur reinzoomen. Ja, dann leg das auf eine andere Taste, du Lauch. Geht's nicht. Ja, sicher. Du kannst einfach auf Game gehen. Äh, auf Hotkeys. Und dann legst du das auf eine andere Taste. Kamera Control. So, dann machst du Zoom in. Machst du raus. Machst du. Du Lauch. 100%ig geht das. Und lieber, wenn du in die Taste sind, dass du so gut bist. Dashi-Solo. Ah. Nice. How much follow? Erstmal hier Werbung für seinen Twitch-Kanal machen. Jo, das ist geil. Minus 1000. Nice. Minus 1000. Komm zu mir. Krabberg. Krabberg. Ich komme. Ich komme, mate. Mate, 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 mate. Great mate. I raised 8 out of 8. Mate. Alter, wie ich den vernichte. Den hab ich richtig in die Wand reingetreten. Eigentlich überhaupt, ey. 12. Gar keine. Oh, Ratschi-Zolo ist wieder VIP-ist. Okay. Siehst du jetzt wieder Ratschi-Zolo, oder? Ja. Oh, siehst du. Da sehen wir alle. Mach den hier. Mach die Red-Karte. Alter, das ist eben. Alter, ich hab noch die Ratschi-Zolo hinter uns. Was hinter uns? Ah, Javan. Ich glaube, wir müssten mal die Nieder-Ladies-Fokus. Meinst du? Ja, irgendwie. Ich will nicht. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Oh, oh, hier. Oh, 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 nee. Ich hab in 5 Sekunden wieder ult. Vielleicht kann ich ein Insec machen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich schiebe bestimmt... Boah, ich bin auch alles. Ich glaube, der hätte Bock auf mich. Ja. Ich hab noch keinen Flash mehr. Können wir machen? Alter, ich kann halt... Ich bin halt permanent zerzählt. Alter, ich kann nichts machen. NOOOOOOOTS! Hey, LV4 ist halt so... Wieso ist der so strong, Alter? Ey, warte mal. Ich hab den in der Lane nicht gefeadet. Ich hab den zerschmettert. Also gut, dass wir bei Minute 20 gegroup waren. Das hat das Spiel... Hey, warte mal. Sag mal, Silas. Wolltest du nicht... Du wolltest doch nicht mehr tilten dieses Jahr, oder? Ja, ich hab doch nicht gezählt. Hey, ich glaube doch. Okay. G to the motherfucking G. Kippo. Cappuccino. Can I add you? Schreib du mal yes. Yes. Of course, yes. Wow. Reportet. Reportet. Alter, wie PM sind die denn? Oh mein Gott. Gut, Leute, dann würde ich sagen, was dafür heute. Schreibt einen weiteren Bild rein, den wir beim nächsten Mal spielen sollen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. All right. All right.